Mein größtes Projekt ist definitiv doch in Absolut, dass die Band an den letzten drei Jahren gespielt hat. Es ist immer schwer, eine Band zu gründen, mit der sich eine gute Musiker fanden, mit denen sie in den ersten Kits proben, Lieder fanden, komponieren, komponieren und so weiter. Das ist immer eine ganz schwere Geschichte. Als es immer wichtig ist, wenn sie ein Album rausbringt, dann hat es eine Rekonnaissance, dass Lieder bei der Sassem sind, die sind offiziell. Das ist immer wichtig für Musiker, dass sie nicht nur Lieder schreiben, dann bleiben sie daheim. Die sind publiziert, sie sind international und auch sichtbar. Das Sassem will, dass eine gewisse Entrepreneur da ist, dass sie serieus werden und dann auch nicht serieus werden. sind die